Mein heutiger Gast ist extra aus Österreich angereist und kommt aus der Finance-Ecke. Da werden wir ein bisschen drüber reden, aber wir werden vor allen Dingen drüber reden, Claudio, wie dein Werdegang war. Die Firma ist jetzt gerade auch nochmal in der weiteren Finanzierungshunde, glaube ich, auch weiterverkauft worden. Und du hast nebenbei immer auch schon Beratungsmandate gehabt. Und da wollen wir mal ein bisschen drüber reden, wie weit ist es möglich, auf der einen Seite eine Firma zu skalieren, auch erfolgreich. Du hast mir im Vorgespräch mitgegeben, dass da auch in der Vergangenheit schon auch mal eine Firma in die Insolvenz gefahren ist, dass auch nicht alles immer so gut geklappt hat, wie das, was du jetzt gerade machst. Da will ich mit dir drüber reden. Gerne, ja. Also ich freue mich dabei zu sein und vielleicht ganz kurz zu mir. Ich bin der Claudio, 33 Jahre, man hört es, komme, wie du sagst, aus Österreich und schlussendlich in der Finanztechnologiebranche unterwegs. Seit über zehn Jahren bereits und das ist quasi meine Heimat mittlerweile. Und da habe ich schon sehr viele Unternehmen beraten dürfen, große Banken, große Versicherungen, aber darüber hinaus auch natürlich Fintechs, also quasi Finanztechnologieunternehmen als Startups und dann schlussendlich aber auch Unternehmen außerhalb dieser Branche, die mehr und mehr in diese Industrie hineindringen. Wie ging das bei dir damals los? Also du hast schon in der Uni gesessen und gesagt, Fintechs finde ich super spannend. Ja, eigentlich fast hineingestolpert in die Branche. Ich habe eigentlich in Österreich Jura studiert, also Jus und neben dem Studium war man dann doch ein bisschen langweilig, wollte auch was arbeiten natürlich und habe da ein Unternehmen gefunden, vor über zehn Jahren bereits, im Bereich Finanztechnologie. Und damals war Fintech überhaupt noch kein Wort. Also das war so die erste Welle der Fintechs, hat gerade begonnen und im Grunde genommen war das damals Mobile Payment, also mobiles Bezahlen. Damals der große Hype, also wer setzt sich durch, ist es vielleicht doch der große aus Amerika, Apple Pay, Google Pay. Heute wissen wir, es ist Apple Pay und Google Pay. Damals war es ein großes Rennen und es ging sehr stark um das Thema, ist es QR-Code oder Barcode passiert oder NFC oder ganz andere Technologien waren da im Spiel. Und da bin ich dazugekommen, sehr früh in diese Firma und habe halt alles sehen dürfen, mit dem Gründer gemeinsam, sowohl die Produktentwicklung, die technologische Seite, Marketing, Vertrieb und da das ganze Operative bis hin, wo dann eigentlich mein Studium Sinn gemacht hat. Kapitalerhöhungen, wie baut man eine Gesellschaft auf, wie funktioniert Mitarbeiteraufbau etc. Und das war eigentlich so mein Start in die Branche und seitdem bin ich quasi da unterwegs. Finde ich cool. Du hast gesagt, du hast auch Sachen gegen die Wand gefahren. Genau. Lass uns da vielleicht mal ausnahmsweise mit starten, nicht nur mit den großen Erfolgen, sondern was hat vielleicht auch nicht so geklappt, wie du es dir vorgestellt hast. Ja, ich selber war schon immer sehr unternehmerisch unterwegs und wollte eigentlich schon sehr früh gründen. Natürlich braucht man das richtige Umfeld, das richtige Team, auch die richtigen Leute, das Netzwerk. Und man hat es nicht, auch wenn man glaubt, man hat es, man startet es trotzdem. Und ich muss ehrlich sagen, meine erste Gründung, die ist dann einfach auch wiederum eher passiert als wirklich geplant, habe ich dann mit einem Kollegen gemeinsam von Red Bull zusammengetan und ein Unternehmen gegründet, im Bereich Challenger Bank, Neobank, also quasi eine sehr moderne Digitalbank, so wie wir es heute kennen, eine Revolut, eine N26 und so weiter. Für Österreich? Bitte? Speziell für Österreich? Genau, speziell für Österreich, aber natürlich größer gedacht dann, Österreich allein ist natürlich kein Markt in dem Umfeld. Es geht halt immer um Skalierung. Jedes Startup muss skalieren, ansonsten ist es auch kein VC-Case. Aber da muss man ehrlich sagen, Dinge, die mir damals in der Phase gar nicht bewusst waren, auf welche Themen schaut zum Beispiel ein Investor. Das wird einem alles erst mit Erfahrung eigentlich dann bewusst und man lernt es fürs nächste Mal. Und die Firma an sich hat auch in dem Bereich Mobile Payment quasi mitgespielt, hat sich dann weiterentwickelt. Also die Idee war, die Mobile Wallet zu entwickeln, die quasi jeder Nutzer tagtäglich verwendet, fürs Bezahlen, für die Kundenbindung etc. Hat aber natürlich in der Form dann nicht geklappt. Das war sehr komplex. Andere sind uns natürlich vielleicht schon einen Schritt weiter voraus gewesen und haben schlussendlich auch hier in Berlin zum Beispiel gegründet. Und damals war Österreich im Vergleich zu heute sicherlich nicht unbedingt der Ort, wo man das Unternehmen groß hat machen können oder wo man Startups gegründet hat. Und das hat sich über die Jahre natürlich jetzt auch total verändert. Aber dieses Unternehmen, hier das Problem war natürlich einerseits Investorengelder im größeren Stil einzuwerben. Was hat gut funktioniert? Frühphase hat sehr gut funktioniert. Also Angelgeld und dann in der ersten Phase quasi so Pre-Seat und Seat-Finanzierungen zu holen. Aber Anschluss-Finanzierungen waren dann damals schon sehr schwer aus Österreich heraus. Und dazu muss man sagen, wir haben das Unternehmen ja in Salzburg gegründet. Also ich damals in Salzburg gewohnt, auch für Red Bull tätig zu der Zeit. Der Kollege gemeinsam mit mir eben auch in Salzburg. Und sind dann zwar noch Wien, aber Wien war dann immer noch nicht genug. Und haben halt irgendwann natürlich das Unternehmen dann einstellen müssen. Und da muss ich sagen, war diese Insolvenz, also quasi das Aufgeben des Unternehmens und Abwickeln schlussendlich, das war eine der größten, würde ich für mich persönlich, für meine persönliche Entwicklung sagen, Erfahrungen. Heute schaue ich sehr positiv drauf. Damals war es natürlich nicht lustig und nicht einfach. Also man wird plötzlich konfrontiert mit ganz neuen Themen. Man kommt von der Selbstständigkeit und vom Unternehmertum sehr schnell sozusagen in eine Situation, wo man sehr vielen alles recht machen muss, aber sich selber dann eigentlich sehr stark zurücknehmen muss. Und die Erfahrung, ich wünsche sie jedem fürs Leben, aber ich wünsche natürlich niemandem eine Insolvenz. Aber die Erfahrung ist sehr viel wert. Sehr diplomatisch. Wie viel Geld habt ihr eingesammelt damals? Ja, damals doch eine knappe Million. Wir haben ein Team aufgebaut, war natürlich alles im Wachstum begriffen. Ist natürlich, muss man sagen, pre-products, pre-revenue. Heißt, man braucht sehr viel Kapital, vor allem im Finanztechnologieumfeld, bis man überhaupt einmal sein Geschäftsmodell beweisen kann. Es ist sehr regulatorisch natürlich. Also man kann nicht einfach nur starten mit einem MVP. Der muss natürlich Ansprüche der Regulatoriker füllen, der Compliance. Und ich bin ja in dieses Unternehmen oder in diese Entgründung gestartet, mit ein bisschen Vorwesen aus der vorherigen Firma, aber im Grunde genommen als Greenhorn. Und ich habe gedacht, man kann das alles viel einfacher machen. Es braucht nicht so viele Stakeholder. Warum so kompliziert? Das habe ich über die Jahre gelernt, warum Zahlungsverkehr, Finanztechnologie doch so komplex ist. Nach vorne für uns alle wirkt es ja sehr einfach. Man zückt die Karte, man zahlt, man gibt da Überweisungen in Auftrag und so weiter. Aber es ist natürlich schon sehr komplex und die Erfahrung durfte ich dann über die Jahre sammeln. Bin ja auch weitergezogen zu Revolut dann, also quasi der große, kann man sagen, oder einer der hellen Sterne im Fintech-Zenit und habe da eigentlich die Erfahrung einbringen dürfen. Und da muss man wieder sagen, war es genau das Richtige. Denn Nikolai, der Gründer von Revolut, hat damals, die Firma war noch klein, ungefähr so 50 Mitarbeiter, noch selber das Hiring betrieben. Und genau so jemanden gesucht, der quasi die Highs und Lows kennt, aber sich auch mit der Branche beschäftigt hat und weiß, wie es funktioniert. Und dann bin ich zu Revolut gekommen und war eigentlich da. Als Mitarbeiter Nummer 50. Ja, ungefähr so an den 50 waren wir damals. Canary Wharf, also quasi schon im Level 39. Alles noch sehr klein, ein Großraumbüro, Gründer mittendrin. Oder die Gründer mittendrin. Der Nikolai natürlich der primäre Gründer, wenn man so will, den man auch sieht nach außen. Ja, und dann ist es losgegangen. Eigentlich ursprünglich bei der Revolut noch, kann man sagen, gar nicht einmal wirklich der übliche Verdächtige in der Branche. Da hat es andere Kandidaten gegeben damals. Und plötzlich war Revolut da mit einer großen Finanzierungsrunde und einem extremen Antrieb in die Märkte zu gehen, in die europäischen Märkte und darüber hinaus. Und ich habe dann eben Österreich, Deutschland, Schweiz, Lichtenstein aufbauen dürfen, Markteintritt und auch die Skalierung dann in weiterer Folge. Cool. Wie wichtig würdest du sagen, war dann der Gründer als Figur für dich in der Phase oder seine Personal Brand? Also für Revolut, glaube ich, und auch für mich persönlich, total inspirierend. Denn ich kannte bis zu dem Zeitpunkt das sehr österreichische oder auch deutsche Mindset. Und wenn du nach England kommst, ist alles einen Ticken anders, einen Ticken schneller, angloamerikanisch. Der Ansatz ist natürlich, wie man ein Unternehmen aufbaut, noch einmal anders. Es gibt natürlich auch sicherlich eher noch das Higher and Fire, also quasi das Schnelllebige, was man vielleicht aus Amerika kennt. Einfach schnell aufziehen, Nächte durcharbeiten. Und für mich hat das in meiner Arbeitsweise sehr viel verändert. Also wie ich Probleme angehe, wie man Probleme bewältigen kann. Und bei Revolut war immer eigentlich die Einstellung, wir wollen gar nicht die zehn Gründe hören, warum es nicht geht, sondern den einen Grund finden, warum es doch geht. Und ich habe mich oft mit Leuten hier in Berlin dann getroffen, von Konkurrenten, Mitbewerbern oder halt Marktbegleitern, N26 zum Beispiel. Und die waren immer so, wie macht sie das? Schnelle Produktentwicklung, wie geht das bei euch? Und das muss man sagen, zeichnet Revolut aus, dass man schnell Produkte an den Start bringen kann, in hoher Qualität. Und schlussendlich habe ich das persönlich auch in meiner Beratungszeit selten irgendwo gesehen, dass ein Unternehmen so agiert und funktioniert. Und dieser Spirit, der kommt eigentlich vom Gründer. Was war dann die Reise? Also Mitarbeiter 50 rein, Finanzierungsrunde, was war das dann, Series A, B? Genau, das war damals eigentlich nur Series B, 66 Millionen. War dann schon eine größere Runde in dem Umfeld damals. Wer die Revolut-Geschichte kennt, der weiß, ist noch weitergegangen natürlich in den weiteren Finanzierungsrunden bis schlussendlich. Erzähl das gerne mal, wo die heute stehen, weil ich kann das gar nicht einordnen. Genau, also heute steht Revolut bei einer Milliardenbewertung mittlerweile bei 33 Milliarden. Die wurde in den letzten, sagen wir mal, sechs bis zwölf Monaten noch einmal revidiert. Also generell durch die Marktlage, aber trotzdem noch eines der wertvollsten und erfolgreichsten Unternehmen im Finanztechnologiebereich in Europa. Und schlussendlich, auch da gilt die Wellenbewegung, auch im Markt generell. Warum sollte es Fintech nicht treffen? Es ist halt ganz eine gesunde, sage ich jetzt einmal, Normalstellung des Marktes wieder. Aber im Grunde genommen hat halt Revolut in sehr kurzer Zeit, also gegründet ungefähr 2015, 2016 ist es dann losgegangen. Ich bin dann dazugekommen, sehr viel erreicht. Und das nicht nur in Europa, sondern über diese regulatorische Region hinaus, in Amerika zum Beispiel, aber auch in Südamerika, in Asien, in Australien, Neuseeland. Und für mich war das damals aufregend, weil ich bin nach London gekommen und die Idee war, du kommst einmal nach London. Revolut hat sich darum gekümmert, hat für mich ein Airbnb gebucht. Also quasi das Sorglos-Paket im Sinn von, du kommst und konzentrierst dich auf die Arbeit, musst dich um sonst nichts kümmern. Und gemeinsam mit mir gestartet ist derjenige, der dann später Hongkong und Singapur gelauncht hat und auch der, der Neuseeland und Australien gelauncht hat. Und wir waren gemeinsam in einem Airbnb. Und das war schon cool, weil wir haben halt hier gefühlt an etwas Großen gearbeitet. Natürlich von der Innenbetrachtung ist es noch viel größer wie von außen. Aber das Coole war halt, ich bin, ja, die erste Woche ging los. Und so wirklich Onboarding hat es nicht gegeben, weil das war natürlich ein schnell wachsendes Umfeld. Also Prozesse für diese Bereiche waren eigentlich gar nicht gegeben. Das war mehr, hier ist dein Laptop, dein Macbook oder was auch immer. Und war das fertig. Genau. Und das kriegst du schon hin. Und dann schau, dass du reinkommst. Und dann war eigentlich sehr eng schon gedacht, was soll die erste Woche bringen, also die Leute kennenlernen und dann eigentlich in der zweiten Woche schon für Resultate sorgen. Das ist halt so der Revolut-Stil. Und der ist ja der Richtige, wenn man in dem Umfeld etwas bewegen und aufbauen will. Und ich war ja eigentlich einer der ersten, ja, wenn nicht der erste Country-Manager in dem Fall. Vor mir war noch ein Weiterer. Der hat dann sehr schnell aufgegeben. Für den war das Umfeld zu schnell. Also der hat sinngemäß gesagt, fuck, I have a rich girlfriend, goodbye. Und war dann weg. Das war so für ihn nicht, im Grunde genommen, ja, die Arbeitsweise, die er haben wollte. Und nach mir sind sehr viele gekommen, denen ich quasi helfen konnte, durch die Erfahrung von meiner vorherigen Firma ins, kann man sagen, ja, ins schnellere Arbeiten zu kommen. Also die Branche zu verstehen und dann schlussendlich auch wiederum Resultate zu bringen. Und das war natürlich eine Zeit des extremen Wachstums. Denn ich bin gekommen, da haben wir ein paar hundert Sign-Ups pro Tag gehabt. Und Sign-Ups muss man so verstehen, der Funnel, natürlich, oben kommt viel rein, aber was unten wirklich als aktiver Kunde rauskommt, ist noch einmal eine andere Rechnung. Und was ist passiert? Von 1.000 auf 10.000 und schlussendlich, als ich dann von Revolut weg bin, waren wir am Tag bei über 40.000 Leute, die in den Funnel gekommen sind. Und das sind natürlich Zahlen, die kennt man so vielleicht aus anderen Branchen, aber nicht aus der Finanztechnologiebranche. Denn es gibt sicher wenig, zum Beispiel Banken, die am Tag 40.000 Neukunden machen können oder zumindest 40.000 Neuzugänge haben. Menschen, die sich für die Firma interessieren. Und das war schon spannend zu sehen. Was war das Argument damals? Was war so anders? Ja, Revolut im Kern an sich. Also man muss verstehen, woher kommt die ganze Idee? Es kommt natürlich aus England, aus einem anderen Währungsbereich. Also da gibt es den Pfund, bei uns ist es der Euro. Und die Grundidee von Nikolai, der ja vorher schon in Großbanken im Trading unterwegs war, der einfach erkannt hat, dass in dem Bereich noch sehr viel Marge für Banken drinsteckt und dass er das optimieren kann. Also dass er quasi eine Plattform bauen kann, die im Kern eigentlich aus einer Multivährungs-Tauschplattform besteht. Und das ist der Kern von Revolut, auf dem man alles Weitere aufgebaut hat. Und damals wurde das durchaus noch belächelt, also quasi so die Reisekarte. Das war auch der Pitch. Also die Reisekarte vor allem für Travelers, für Experts und für Studenten. Und alles, was eher so in die Richtung gegangen ist wie Bank, also jemand braucht ein Bankkonto, war damals gar nicht wirklich ein Thema. Und da sind wir natürlich speziell in Deutschland im starken Spannungsverhältnis zu einer N26 gestanden. Ich bin dann nach Berlin gekommen, auch da wieder dieselbe Sache. Nikolai hat dann irgendwann nach kurzer Zeit gesagt, du weißt jetzt genug, also du brauchst nicht länger in London bleiben, ab ins Land mit dir, in deinem sozusagen. Und was für ein Zeithoport sprechen wir da? Ja, das waren dann vielleicht sechs, acht Wochen ungefähr, wenn überhaupt. Ursprünglich hätte ich länger bleiben sollen in London, also ungefähr drei Monate. Aber das zeigt auch wieder, wie Revolut arbeitet. Man kann einen Plan machen, aber wenn man merkt, man ist schneller, man kann schneller sein, dann verändert man die Timeline zum Positiven. Wann bist du in die Länder, die du aufbauen solltest? Genau. Und das ist auch bei der Produktentwicklung sehr ähnlich. Also wenn du heute schon bereit bist, dass du quasi dieses Feature launchen kannst, dann wartet man nicht erst, dass quasi das Datum kommt, was man ursprünglich festgesetzt hat. Und bis dorthin tun wir nichts, sondern es geht halt alles einen Tick dann schneller. Und das war quasi, und das ist auch wie heute Revolut noch funktioniert. Und für mich persönlich, meine Aufgabe war es eigentlich, Leute auf die Plattform zu bringen, gar nicht einmal um die Aktivierung. Also es ging gar nicht so sehr darum, dass die Kunden dann das Produkt auch nutzen. Das war dann Aufgabe der Zentrale, also von London aus wurde das gesteuert. Ich war quasi derjenige, der schaut, durch welche Hebel und Mechaniken lassen sich Neukunden gewinnen. Und da haben wir über die Länder, also verschiedenste Methoden entwickelt. Und auch da, es gibt ja nicht quasi die Anleitung, wie man Kunden gewinnt. Und da sind wir sehr zu kreativen Lösungen gekommen. Gibt mir eine zum Besten. Ja, wir haben zum Beispiel diese Revolut Rallys veranstaltet. Also quasi haben uns in den Ländern, in den einzelnen Städten die 100 besten Kunden rausgesucht, zum Beispiel in Berlin, und haben die dann eingeladen zum exklusiven Abend, quasi Abend, wo auch der Gründer gekommen ist. Und der Nikolai hat sich die Zeit genommen. Der ist eingeflogen von London, hat sich die Zeit genommen, sich mit den 100 besten Kunden quasi… Was heißt beste Kunden? War das dann auf B2B fokussiert auf einmal? Nein, das war wirklich Endkunden. Also Nutzer, wo wir einfach sehen, die nutzen ihr Konto täglich, die nutzen ihre Karte täglich. Und quasi die Fans, also die Ambassadors, die einfach weiter tun können. Die haben das weitererzählt. Genau. Und die Mechanik alleine, das ist es ja nicht, sondern wir haben halt damals auch diese Prepaid-Karten verwendet. Und das waren quasi vorgefertigte Karten in einer netten Verpackung. Und die konnte man einfach austeilen. Und es hieß immer, ihr müsst die Karten austeilen wie Süßigkeiten. Also das ist quasi das Credo. Da haben wir viel lernen müssen. Ist es jetzt so Push-Effekt, Pull-Effekt? Kann man einfach jemandem eine Karte geben und der kennt sich dann aus? Oder muss man irgendwie einen Kontext dazugeben? Kann ich gleich dazu sagen, man muss einen Kontext dazugeben. Ich kann mich nicht auf die Straße stellen, einfach eine Karte austeilen, also eine Bezahlkarte, eine Mastercard oder eine Visa. Und dann sagen, bitte ausprobieren. Weil das kommt natürlich vielen fremd vor. Warum bietet mir jemand jetzt eine Karte an? Also wir haben andere Mechaniken gesucht. Eigene Events, wie zum Beispiel diese Revolut-Rallys. Die haben wir in jeder Stadt, in jedem Land veranstaltet. Und immer ist halt jemand gekommen aus der Zentrale oder zwei, drei Leute. Und die haben halt dann ein bisschen gezeigt, wie die Firma funktioniert. Was ist zu erwarten? Welche Entwicklung gibt es in den nächsten Wochen und Monaten? Und haben das aber dann auch ausgeweitet. Also das vielleicht, um ein Beispiel zu bringen, das konnte auch passieren, zum Beispiel so ein Event spontan in einer Uni oder in einem Café. Und das alles eigentlich ohne große Budgets. Was haben wir versucht? Wir haben eigentlich den Deal gemacht mit dem einen oder anderen Café. Wir bringen euch Kunden. Also es kommen dann vielleicht 50 Leute, die konsumieren natürlich bei euch beziehungsweise wir übernehmen die Rechnung. Und gleichzeitig ist es für uns sozusagen die Möglichkeit gewesen, Leute zusammenzubringen. Und ich habe jede Woche Karten bekommen, also diese Boxen. Und ich habe quasi, der Nikolaj hat sich darum gesorgt, oder eigentlich das Unternehmen, dass ich nach Berlin kommen kann, ohne großen Stress. Also das war nicht so, du musst einmal eine Wohnung finden und einrichten, sondern du gehst jetzt bitte nach Berlin. Wir kümmern uns um dich, um deine Wohnung. Und du schaust wirklich wieder auf die Arbeit. Und was ist passiert? Ich habe dann sehr schnell begonnen in Berlin und habe im Grunde genommen jede Woche Karten zugeschickt bekommen. Und es wurden immer mehr, weil ich musste immer mehr Karten in den Umlauf bringen. Und ich kann mich erinnern, ich war in einem Service-Department und habe halt beim Fenster rausgeschaut. Und dann war halt wieder der Logistiker da, hat wieder Karten ausgeladen. Wie viele denn? Ja, man muss sich, ich habe ein Foto irgendwo am Handy, also es sind immer mehr Schachteln geworden. Man muss sich die so vorstellen, es sind längere Schachteln, da sind 100 Karten drinnen. 100 Euro immer? Ja, das waren nicht unbedingt immer 100 Stück drinnen. Ja, aber wie viel ist es drauf? War unterschiedlich? Ja, am Anfang ist noch gar nichts drauf. Da muss die Karte dann quasi als, oder so war das damals, dazu die App laden. Und dann ist quasi erklärt worden, was du tun musst. Und das Physische, das war ja der Trick, das Physische war so der Entry Point, den Kunden irgendwie zu bekommen. Also man gibt ihm was und bei dem hat es ja nicht quasi geendet. Denn diese Events sind ja quasi immer so ausgegangen, dass man Insights gegeben hat, das Produkt erklärt hat und dann schlussendlich gesagt hat, ihr seid ja schon Kunden und wir haben was für euch, für eure Freunde, für eure Familie, für eure Mitarbeiter oder Kollegen. Karten, nehmt so viele mit, wie ihr wollt. Und am nächsten Tag konnte die Zentrale natürlich dann schauen, wie diese Kampagne konvertiert, denn jede Box war nachvollziehbar. Und so konnte man halt genau sehen, welche Kampagne hat wie funktioniert. Und ich bin ja durch die Gegend in den großen Städten, in Deutschland, Österreich, Schweiz, da in Berlin sehr oft, bei größeren Startups, die irgendwann natürlich durch das Revolut sehr bekannt worden ist, war halt so der Pitch, hey, Revolut kommt vorbei, zeigt ein bisschen, wie Revolut arbeitet, also das Unicorn, da waren wir dann schon irgendwann zum Unicorn, Außerkorn von der Finanz- oder von der Venture-Capital-Branche. Die kommen vorbei, zeigen ein bisschen, wie das Produkt funktioniert, wie Revolut arbeitet und am Ende wieder dasselbe Trick, die Karte an die Mitarbeiter, Freunde etc. bringen. Sehr ruhig, Alter. Okay. Ja, und so hat das Ganze funktioniert und war aber sehr anstrengende Zeit. Also das war wirklich, der Titel war NET, also Country Manager für die drei Länder, also für die DACH-Region. Wie viele Kunden hast du dann so aufgebaut in den Ländern? Ja, so unterschiedlich für die Länder. Also man muss immer sagen, da komme ich wieder zurück, was Revolut eigentlich im Kern ist. Es gibt Länder, da war es sehr einfach, also die Schweiz zum Beispiel, da haben wir wieder dieses Währungsthema, also was zum Beispiel in Großbritannien der Pfund ist, ist in der Schweiz der Franken oder der Schweizer Franken. Und in allen anderen Ländern war es natürlich für Revolut zunächst eher schwierig. Also man musste quasi sich durchsetzen gegen andere Banken, bestehende Banken oder eben auch Neobanken. Und da ist sehr wichtig zu verstehen, die, und da komme ich dann immer wieder auf den Kern zurück, da war immer der Pitch, das ist die Reisekarte. Und dann mussten wir uns die Leute suchen, die viel reisen, die nicht schon quasi bei ihrer Bank, und man kennt das, wenn man mit seiner Bankkarte reist. Ja, da bist du wahrscheinlich noch besser bedient, aber es gibt da sehr oft den Fall, dass du einfach, wenn du in Fremdwährung bezahlst, sehr viel bezahlst. Also egal, ob du jetzt auf der Plattform die Währung in die eine tauscht, also von Pfund in Dollar oder Euro oder was auch immer, oder die Karte wirklich international einsetzt, das war halt zu der Zeit und auch heute noch sehr oft mit hohen Gebühren verbunden. Und Revolut war einfach derjenige, der gesagt hat, egal wohin du reist, keine Sorge, mit der Revolut Travel Card kannst du quasi weltweit ohne Gebühren reisen. Und da mussten wir uns dann in den Ländern eben die speziellen Zielgruppen suchen. In der Schweiz war es einfach, weil da gibt es natürlich den Franken, und sobald der Schweizer über die Grenze fährt, egal in welche Richtung, Italien, Österreich, Frankreich, Deutschland, ist der Euro da. In anderen Ländern, wie zum Beispiel Österreich, Deutschland, mussten wir wirklich auf die Nische gehen, auf die Internationals, also auf die, ich sage jetzt mal, die Citizens of the World, würde man vielleicht so sagen, die viel unterwegs sind, beruflich oder auch privat. Und da haben sich ja ganz interessante Sachen ergeben, wie zum Beispiel eine große Fluglinie hat uns unser Produkt von Revolut verwendet, für Mitarbeiter, also quasi für Piloten und Stewardessen und Stewards, die dann einfach damit in Übersee, wenn sie nicht im europäischen Währungsraum waren, bezahlt haben und sich so viel sparen konnten. Aber das waren Effekte, die hat man dann einfach an den Daten gesehen und nicht, bis wir nachgefragt haben, warum, wieso, weil wir haben ja auch versucht zu verstehen, warum nutzt man uns. Und so ist das Revolut halt über die Zeit etwas entstanden, was nicht mehr nur nischig war, also die Reisekarte, sondern eigentlich sowohl für Endkonsumenten, ein vollwertiges Konto, was, wenn man es sich heute anschaut, wirklich fast alles kann, und auch auf der B2B-Seite, also für Geschäftskunden, genauso mittlerweile anbietet. Und so hat man das gelernt. Und in Österreich, Deutschland, Schweiz, in meiner Zeit sind es ungefähr, ich denke, über 100.000 Kunden gewesen. Und was für mich spannend war, ich war halt die Stage-Person für Revolut zu der Zeit in den Ländern. Also Nikolai hat immer gesagt, ich bin quasi der Global Guy und du bist für der Local Guy. Also du kennst den Markt, du kennst die Sprache, die Kultur. Und ich habe halt die ganze Bühne bekommen, nur muss man dazu sagen, mit null Budget. Also wir haben halt wirklich kein Budget bekommen, sondern das war halt wirklich, wir schicken einen Missionar von London in die Länder. Ich war es halt für die deutschsprachigen Märkte und versuchen dann hier den Markt zu gewinnen. Und im Grunde genommen hat es ja sehr gut funktioniert. Zeigt, wie man wachsen kann, ohne große Investitionen zu der Zeit, obwohl man es finanziell sich durchaus hätte auch leisten können. Aber es hat auch so funktioniert, mit der richtigen Einstellung. Es ist ja die Schwierigkeit, die richtigen Leute zu finden. Wie gesagt, jeder spielt es nicht mit, der ist dann noch kurzer Zeit weg. Ich habe es länger mitgespielt. Weil du keine reichen Freundin hast. Genau, das muss der Grund gewesen sein. Also ich denke, am Ende ist es sicherlich, muss man sagen, wer will es wie lange machen. Aber ich denke halt, Revolut hat sehr viele Chancen den Mitarbeitern gegeben, vor allem in der Frühphase. Also die Leute, die damals dabei waren, in der, sage ich jetzt mal, ersten Welle oder zweiten Welle des Unternehmensaufbaus, die haben nicht nur damals profitiert, sondern eigentlich auch mittel- bis langfristig profitiert. Ich persönlich hätte meinen Weg sicher nicht so in der Form einschlagen können, ohne Revolut. Hast du auch Anteile dann gekriegt, als Mitarbeiter 50? Genau, also für Revolut, also damals war es natürlich noch ein Stück leichter wie heute. Also mit der großen Firma, die mittlerweile Milliarden wert ist, ist es mit dem Anteil nicht mehr so leicht. Hast du noch Anteile? Ja, aber mittlerweile habe ich schon das ein oder andere Mal profitieren dürfen davon. Und wenn alles gut geht, auch weiterhin. Cool. Es ist halt so, die, ich glaube, wir haben es uns damals, glaube ich, sehr stark verdient, würde ich aus heutiger Sicht sagen. Wir haben den Grundstein gelegt für das, was eigentlich Revolut heute ist. Und was aber noch viel cooler ist, natürlich das eine finanziell ist natürlich sehr cool, aber das andere ist, ich habe sehr viele Leute von damals im Netzwerk, die bei Revolut waren, die mittlerweile in den verschiedensten Firmen sind, selber gegründet haben. Es gibt ein unglaublich großes Netzwerk an ehemaligen Revolut-Mitarbeitern, die mittlerweile selber gegründet haben, erfolgreiche Unternehmen. Und schlussendlich, was für mich auch sehr positiv war, ich habe die Bühne bekommen, in Österreich, Deutschland, Schweiz, Liechtenstein. Ich musste mir das... Konntest du deine eigene Personal Rent mit aufbauen? Genau, ich durfte mein Netzwerk aufbauen, musste mein Netzwerk aufbauen. Und es sind halt von allen Seiten Leute gekommen, die gesagt haben, können wir mal Mittagessen gehen? Kannst du mir mal erklären, wie das funktioniert? Und das waren Großbanken teilweise, große Versicherungen, große Unternehmen, auch fernab der Branche, also Händler, also große Handelsbetriebe, also von allen Richtungen. Es ist ja das Schöne an der Finanztechnologie, dass man mit allen Branchen in Kontakt ist. Und aus dem ist eigentlich dann mein Berattungsgeschäft entstanden. Schöne Überleitung. Also das ging schon los, als du noch bei Revolut warst? Oder war das dann wie so eine Art Übergang? Also es ging los, natürlich mit den Pressemitteilungen von Revolut. Und wir waren ja ziemlich gut, würde ich sagen, aus einer kleinen Meldung eine große zu machen. Wie habt ihr das gemacht? Ja, also wieder selber, selbes Spiel, also es gab kein Budget, auch gar nicht für PR-Agenturen oder andere Sachen, sondern man musste sich selber quasi in den Ring werfen. Ich habe einmal gelernt, also nicht direkt, aber von jemandem aus England, Richard Branson, der gesagt hat, man muss sich selber quasi einfach in den Ring werfen für die eigene Sache. Und genauso war es halt bei Revolut auch. Und was ist passiert? Das Personal Branding mit einem Geheimrezept von Revolut. Genau. Also es ist, im Grunde genommen, muss man sich so vorstellen, man muss sich alles selber erkämpfen. Also ich habe zwar ein bisschen Netzwerk gehabt zum damaligen Zeitpunkt, also mit meiner ersten Firma, wo ich Mitarbeiter war, also bei dieser Mobile Payment Firma, habe ich vielleicht eine Handvoll, zwei Hände voll Leute aus der Branche gekannt, aber nicht mehr. Und aus dem ist immer mehr entstanden über die Zeit. Und schlussendlich bei Revolut war es halt so, ich musste gezwungenermaßen einfach Traktion erzeugen. Also ich musste Wege finden, wie es funktioniert. Und einer war zum Beispiel Medien, also Medienarbeit zu machen, Presse, ohne große Budgets. Und ich musste halt den Kontakt zu den Journalisten suchen. Und als wir gestartet sind, 2017, also offiziell in Deutschland, dann war Handelsblatt und andere Medien voll mit unserer News, weil wir es frech positioniert haben. Also Revolut, da sagt der Name schon, Revolution, Revolut. Und wir haben halt so nach dem Motto, liebe Banker, es ist quasi das letzte Wochenende zum Genießen. Zieht eure Zylinder an und eure Zigaretten oder Zigarren. Ab Montag sind wir hier. Und das war frech. Also da war dann die Headline, ich bin hier, um die Party der deutschen Banken zu beenden. Und das war meine Aussage halt quasi. Jetzt kommt der Österreicher mit einer Karte aus quasi England, einem Land, was eigentlich aus der Union austritt und kündigt groß an, wir übernehmen den Markt. Und so waren wir halt sehr präsent, hat extrem gut funktioniert. Und so mussten wir uns halt in jedem Bereich, bei den Medien, das war es so, und bei vielen anderen Bereichen einfach unsere Position erkämpfen. Und der Name sagt es schon, Revolut, war das dann sozusagen eingeimpft auch vom Headquarter? Oder wie viel war da dann auch so von dir eigenes Gusto, dass du das, so müssen wir jetzt den deutschen Markt aufmischen? Also eigentlich war es sehr viel Eigenverantwortung von mir und in den jeweiligen Ländern von den jeweiligen Countrymanagern. Es war so grob die Richtung, aber am Ende zählt nur das Ergebnis. Man muss sagen, bei Revolut war es auch am Anfang so, gut, Positionierung ist immer wichtig für Unternehmen. Aber wer das verstanden hat, was die Firma macht, der hat eigentlich sehr viel freie Hand bekommen. Es war eine gewisse Erwartungshaltung natürlich da. Es gab internationale Meldungen oder eben lokale Meldungen. Und bei mir war es ja genauso. Durch Wachstum durfte ich mir Ressourcen verdienen. Also ich konnte dann irgendwann einmal den ersten quasi Mitarbeiter für Deutschland, für Österreich, Schweiz, Liechtenstein ins Team holen hier in Berlin. Aber das musste man sich ja kämpfen, also durch Leistung. Und wenn du es nicht dir für dein Land verdient hast, dann hat es halt das andere Land bekommen. Und so war innerhalb dieser Countrymanager quasi ein gewisser gesunder Wettbewerb da, wer quasi sich Ressourcen freischaltet, sowohl für das Team, aber auch für die Produktentwicklung. Und zum Beispiel waren so Themen wie was braucht der deutsche Markt speziell, damit das hier erfolgreich werden kann. Da gibt es dann immer die Ansicht, gehen wir zuerst auf Nutzer und dann auf die Features oder drehen wir es um und brauchen zuerst die Features um und können dann quasi Kunden gewinnen. Und der Ansatz von Revolut bei uns war, wir gehen ganz spitz auf die Zielgruppe, also wiederum Experts, internationale Leute, also Studenten und so weiter. Und ein Schlüssel oder ein Thema war natürlich auch, große Diskussion, müssen wir die Website für Deutschland im Grunde genommen lokalisieren, also auf Deutsch übersetzen. Und es war ganz klar, na, für den ersten Moment braucht man das nicht. Also wir wollen Leute ansprechen, die ohnehin international unterwegs sind, die in der Regel wahrscheinlich auch Englisch sprechen. Da wird es auch für einen Marktstart reichen, in englischer Sprache zu starten und genau so war es auch. Und dann haben wir uns den Rest eigentlich aufgebaut, Stück für Stück, aber nicht den Tag X abgewartet, wo alles perfekt ist, weil der ist sicherlich bei Revolut heute noch nicht da und hätte man darauf gewartet, wäre es sicher so nicht entstanden. Sehr cool, also ich spüre, wie du darüber sprichst, mit was für einem Demut, mit was aber auch für eine Arbeit, das verbunden war. So ging es da sieben Tage die Woche dann rund? Ja, da könnt ihr lustige Geschichten erzählen oder vielleicht erzählen sie die auch. Im Grunde genommen irgendwann natürlich, man hat auf die Zahlen geschaut und Samstag, Sonntag, Feiertag ist natürlich dann noch ein zusätzlicher Tag, wo man Kunden generieren kann und wir haben halt irgendwann schon begonnen, quasi am Sonntagabend unsere Vorbesprechung zu machen und auch da, das ist nicht jedermanns Sache. Es gab ja verschiedene Zeitzonen und da verschiedene Typen an Menschen. Ich kann mich erinnern, dass aus dem eher östlichen Bereich, also aus Litauen, war der dann, glaube ich, für seine Zeitzone um neun Uhr im Call, ich war um acht Uhr im Call und England war um sieben Uhr im Call. Also quasi am Sonntagabend, wenn du jetzt eine Beziehung hast oder eine Familie, dann ist das natürlich nicht unbedingt das Beste, wenn du quasi am Sonntagabend hier dann diese Kick-Off-Calls für die Woche machst. Ich habe Sachen erlebt, wo Leute dann einfach im Auto gesessen sind, nach dem Motto, meine Freundin möchte nicht, dass ich jetzt am Samstag quasi oder am Sonntagabend hier arbeite und da hat Revolut sicherlich viel verlangt, aber im Umkehrschluss, muss ich sagen, auch viel gegeben und hat zu der Zeit jeder gern gemacht und es hat dann auch immer wieder Diskussionen gegeben, wie geht Revolut mit Mitarbeitern um, das kennt man vielleicht aus den Medien und ich werde auch oft sehr dazu befragt und ich sage das jetzt ganz unabhängig von irgendwelchen Benefits, die ich von Revolut bekommen habe oder bekomme. Das war im Grunde genommen für die Leute, die dabei waren, für die Richtigen, war das in Ordnung, war gewünscht und viele, muss man sagen, im schnellen Wachstum sind dazugekommen, vielleicht auch mit der falschen Erwartung und für die hat es halt nicht gepasst und die, die nicht so positiv darüber sprechen, sind halt die, für die es nicht gepasst hat und wie überall ist es auch in dem unternehmerischen Bereich, ist es eine Beziehung und wenn es nicht passt, dann einigt man sich halt getrennte Wege zu gehen und vorher habe ich schon gesagt, also bei Revolut geht es halt ein Stück schneller, also das Higher and Fire kennt man bei uns nicht, ist vielleicht arbeitsrechtlich gar nicht so möglich, sozialrechtlich, aber abgesehen davon, dass es in England vielleicht noch ein Stück leichter ist, war es für Revolut wahrscheinlich unabhängig davon einfach einmal, wir machen das jetzt einfach, wir entschuldigen uns später und wir machen es jetzt einfach einmal und so ist das eigentlich entstanden. Also es liegt auf mich so, als hätte es sich für dich, was das Finanzielle angeht, gelohnt, als hätte es sich auch für das, was du vor allen Dingen gelernt hast in der Zeit, was du da an Verantwortung tragen durftest, gelohnt. Wie wichtig war dann auch im nächsten Schritt diese Erfahrung für die Beratung, die du dann offen angeboten hast oder immer noch anbietest, aber genauso dann auch dein nächstes Ding? Ja, das Gute war ja und das Tolle, dass viele Leute in der Zeit, als ich bei Revolut war, auf mich zugekommen sind und da waren Unternehmen dabei, die aktuell in Gründung waren, die gesagt haben, hey, willst du mit uns was gründen? Für die war es spannend, da kommt jemand von Revolut vielleicht dazu, also von dem gehypten Startup, ist natürlich in der eigenen Story auch wichtig, irgendwo zu erzählen, man hat die richtigen Leute dabei und da habe ich einige Sachen, die später sehr gut funktioniert haben und auch verkauft worden sind mittlerweile, ja bewusst abgelehnt und ich war sehr committed für Revolut. Irgendwann habe ich gemerkt, da kommen immer mehr Anfragen und ich habe vorher schon die eigene Firma gehabt im Bereich Finanztechnologie als Startup, da haben wir dann gedacht, ja eigentlich dieses Wissen lasst sich eigentlich auch monetarisieren, umsetzen und verglichen zu dem, was ich damals bei Revolut verdient habe, also als monatliches Gehalt und auch da hat man eigentlich schon, muss man ehrlich sagen, hat Revolut gut bezahlt. Gibt man ein Gefühl? Also ich kann sagen, beim ersten Mal, als der Nikolai noch das Hiring gemacht hat bei mir, hat er so die Zahl reingeworfen und ich wollte gar nicht mehr verhandeln. Ich bin aus einer Position gekommen, vorher meine eigene Firma, die ist gegen die Wand gefahren und das geht halt im Startup-Umfeld immer nur entweder gegen die Wand oder durch die Decke und alles, was dazwischen passiert, ergibt sich eh von alleine und also man kann nur... Was hat er dir geboten? Womit ging es los? Genau, also ich habe ja mal irgendwo begonnen bei so 100.000 und Kollegen von mir haben durchaus noch höher begonnen, also die sind dann aus anderen Ecken gekommen, also das war dann wirklich aus der Beratung schon mit, sage ich jetzt mal, mit PwC etc. international, vielleicht auch damals ein Stück weit älter als ich, aber die waren dann im Umkehrschluss auch nicht alle unbedingt ewig da, weil man hat sehr schnell gemerkt, dass das nicht unbedingt der Typ ist, der in der Phase des Unternehmens die Meter macht und da war ich natürlich, ich war da ein bisschen, ich will nicht sagen wie der Labrador-Welpe, aber ich war begeistert, also für mich war das eigentlich die Realisierung in einer vorherigen Firma, aber halt alles eine Nummer größer und das war eigentlich der wesentliche Punkt und einige in dem, sage ich jetzt mal, starken Revolut-Kern zu der Zeit haben sich halt gehalten und sind auch heute quasi noch Teil von dem Ring und andere sind halt natürlich mittlerweile ja weg. Okay und dann zum eigenen Ding vielleicht abschließend nochmal, was genau hast du da aufgezogen? Genau, ich habe begonnen mit meiner eigenen Berattungsfirma, konnte dann quasi große Banken, Versicherungen und ähnliche Unternehmen beraten, macht das auch heute noch, ist quasi so ein sehr schönes Geschäft und ich habe es vorher schon gesagt, also man kommt mit so vielen verschiedenen Branchen in Berührung, wo man selber auch Interesse hat und verstehen will, wie funktioniert das und natürlich muss man auch dazu sagen, die Beratung ist ja von der Skalierung her ja natürlich limitiert, weil entweder wächst du über dich als Person hinaus und gründest wirklich eine Beratungsfirma, nur hier war das und ist nach wie vor das Problem, dass die Leute ja dann in der Form eigentlich mit dir selber sprechen wollen, die wollen, dass du kommst, du kannst nicht einen Mitarbeiter schicken, die wollen deine Erfahrung mitnehmen, die wollen von dir hören, wie es vielleicht funktioniert und insofern ist man da sicherlich auch, was die Skalierung her betrifft, limitiert, aber auch finanziell zum gewissen Teil, also man verdient zwar gut in der Beratung, aber wenn du eigentlich ein Modell baust, wie ein Startup, was skaliert und eigentlich darauf abzielt, dass du aus nichts sehr viel machst mit Investoren, da musst du eigentlich ein Startup gründen und habe dann irgendwann einmal wieder begonnen, parallel mit einem Kollegen von mir ein Unternehmen zu gründen, hieß damals Number X, war im Grunde genommen eine digitale Kreditkarte, also voll digital, also wir alle kennen die Kreditkarte, die teilweise noch immer sehr archaisch funktioniert und mit dem Kollegen, das war eigentlich das Gegenstück zu mir, das uns immer gefehlt hat in der ersten Firma, ich habe ein Finanztechnologieunternehmen gegründet, ohne quasi, kann man sagen, ja Techniker, ohne Produktmenschen und ich habe halt händeringend damals in Wien dann, als die Firma in Wien war, von Salzburg nach Wien gekommen ist, nach jemandem gesucht, der da dazupassen würde und habe in der Wiener Startup-Welt, die damals nicht groß war, den einen oder anderen gefunden und schlussendlich einen, wo ich gesagt habe, mit dem könnte es wirklich irgendwie passen, mit dem muss ich mich treffen, der hat die längste Zeit nicht reagiert auf mich, ich habe es versucht, damals war Xing noch groß, LinkedIn, E-Mail, Telefon und so weiter. Hat er es nicht gelesen oder hat er nicht reagiert? Doch, aber er war sehr fokussiert auf sein Unternehmen, bei dem er damals gearbeitet hat und ja. Wie hast du von außen gewusst, der könnte sein? Ich habe ihn einfach gegoogelt, habe LinkedIn natürlich angeschaut und bin dann irgendwann auf ein Video gestoßen, wo er auf einer Panel-Diskussion mit dabei war, da habe ich mir gedacht, ja das könnte passen, habe dann auf LinkedIn erfahren, dass er aus Tirol ist, so wie ich, noch das muss eigentlich schon passen, also jetzt kann nicht mehr viel fehlen, und hat aber dann mich doch ein bisschen länger ignoriert oder ja, nicht wirklich die Aufmerksamkeit geschenkt. Das ist eigentlich sehr interessant. Aber du bist hartnäckig. Ja, also das sagt er auch heute noch, also das schätzt er sehr, also die Hartnäckigkeit von jemandem dran zu bleiben und irgendwann sagt er dann zu mir, ja dann treffen wir uns halt doch, hat er sich gemeldet und gesagt, dann treffen wir uns und er ist dann gekommen in das Büro der ersten Firma und da war es aber mit der ersten Firma schon vorbei, da haben wir noch das Büro gehabt, aber da war mit der Firma nicht mehr viel zu tun und er ist dann vorbeigekommen und bei der Begrüßung in einem Dialekt, der mir sehr vertraut vorgekommen ist, noch viel vertrauter wie das Gesamt-Tirolerische, sondern das hat so geklungen wie aus meiner Gegend, wo ich herkomme. Und jetzt muss man dazu sagen, ich komme wirklich aus den Bergen, also aus den Tiroler Bergen, also im Süden, also zwischen Südtirol und Kärnten, der Landstrich, der heißt Osttirol und das ist wirklich sehr gebirgig und sehr ländlich und hat sich herausgestellt, dass er aus demselben Dorf kommt wie ich, aber nur schon sehr früh aus dieser Gegend weggezogen ist mit seinen Eltern und bei uns ist es halt so, das Land ist sehr verteilt, viele sozusagen kleine Ortschaften und während meine Ortschaft eben am Berg war, war seine Ortschaft eher im Tal und so haben sich die Kinder aus dem Dorf mit den Kindern aus dem Tal nie wirklich getroffen zur damaligen Zeit und zudem war er sehr früh weg und aus dem ist jetzt eine sehr langjährige Freundschaft entstanden, wo wir sehr viel, eigentlich so ziemlich alles in den letzten Jahren gemeinsam machen, im Unternehmerischen, haben jetzt mittlerweile zwei Unternehmen gegründet, die erste Firma, die Number X, also die voll digitale Kreditkarte und schlussendlich die zweite Firma, die Paydora Finance, die mittlerweile vor kurzem übernommen worden ist von unserer Mehrheitsgesellschaft von der Doc Financial und da bin ich jetzt bei der Doc Financial einerseits als Chief Commercial Officer, darf quasi das ganze Marketing und den Vertrieb leiten und habe natürlich nebenbei nach wie vor meine Beratungsfirma. Ich habe mal irgendeine Größenordnung mit, die du teilen darfst, so eingesammeltes Geld oder Nutzer oder Umsätze, Mitarbeiter, wie groß hast du diese Unternehmen gemacht? Genau, also die Number X an sich war ja eine kleinere Firma, hat sich wirklich fokussiert auf die Entwicklung von dieser Lösung, die wurde dann schlussendlich schon einmal quasi verkauft, auch an diese Doc Financial aus München und aus der Beziehung ist das eigentlich entstanden und alles ist Netzwerk in der Branche. Also der Gründer, der Solaris Bank, kennt der ein oder andere vielleicht, hat damals die Solaris gegründet, später dann die Penta, also ein Businesskonto quasi auch mit aufgebaut. Ich durfte dann quasi schon hier beratend tätig sein, sowohl für Penta als auch für andere in dem Rahmen und schlussendlich wurde er auch zum Angel für unsere Firma, also für die Number X. Cool. Und aus dem entstanden ist eigentlich gleichzeitig die Situation, dass er hat sein Unternehmen aufgebaut und wir unseres und haben dann irgendwann gesagt, okay, macht total Sinn, dass wir uns vielleicht zusammenschließen, zusammenarbeiten und hat dann quasi unser Unternehmen übernommen und so sind wir dann schlussendlich bei Doc Financial gelandet und haben gemeinsam mit Doc Financial und deswegen ist Doc Financial auch unser Mehrheitseigentümer gewesen, bis zur vollständigen Übernahme ein weiteres Unternehmen gegründet und da haben wir eigentlich alles einfließen lassen, was wir in den letzten Jahren gelernt haben, was ich in der Beratung gesehen habe, wo so die Pain Points sind, wie schwierig es ist, eigentlich so eine Lösung auf den Markt zu bringen, da muss man jetzt viel Wissen mitbringen, entweder lernt man es selber auf die harte Tour oder man holt es sich durch einen Berater, das war mein Glück und ist nach wie vor mein Glück, dass sich viele Unternehmen das Know-how einfach dazuholen und sagen, erklär uns einmal kurz diese Finanztechnologie-Welt, klingt spannend, aber wie genau funktioniert es. Und du hast den Track Record. Genau und da ergibt es sich und jedes Projekt macht dich stärker in der Beratung, weil du hast viel mehr Erfahrungsschatz, den du anwenden kannst und schlussendlich hat das dazu geführt, dass wir zwei Leute waren, also von unserer Seite, also Number X, also mein Mitgründer und ich und auf der anderen Seite der Marco Ventin von der ehemals Solaris Bank und schon davor große Projekte, Sofortüberweisung, die Handelsbank und andere Themen mit aufgebaut und da hat es sich eben ergeben, dass sich die richtigen Leute gefunden haben. Dann haben wir Joint Venture gegründet, das war die Pedora und die Pedora ist im Sommer übernommen worden von der Mutter, auch wiederum mit der Idee quasi einfach hier die Kräfte zu bündeln. Unser Geschäftsmodell konnten wir quasi beweisen und am Markt etablieren. Wir haben große Kunden, also B2B Kunden, also unser Modell ist immer Multiplikatoren zu finden, die im Grunde genommen über große bestehende Ökosysteme verfügen, also viele Kunden unter Produktökosystemen, wo im Grunde genommen Finanztechnologie als Mehrwert hineinpassen kann, zum Beispiel Konto, Karte, Zahlungsverkehr im weiteren Sinn und Kunden von uns sind zum Beispiel eine Metro, also weltweit tätig eigentlich, also in Europa sehr stark, in über 13 Ländern mit unserer Lösung aktiv, dann andere Kunden, Eurovac zum Beispiel aus der Mobilitätsbranche und viele, viele andere, die wir eigentlich in relativ kurzer Zeit haben, aufbauen können und das Team war zum Schluss ungefähr um die 20 Leute stark und wurde mittlerweile komplett integriert in die Doc Financial und ich habe die Aufgabe eben im Marketing und Vertrieb jetzt die Meta zu machen, ja. Cool, Claudio, krasser Reiser, ist noch nicht vorbei, bist du immer noch ein junger Typ, die Finanzindustrie kann noch ein bisschen von dir hören, oder? Ja, also für mich ist, ich denke, aus der Branche rauszukommen ist nicht leicht und will man auch nicht, also ich schaue mir natürlich auch um in andere Branchen, die sehr interessant sind, also Themen wie Gesundheit zum Beispiel oder auch so, ja, Fast Moving, Consumer Goods ist sehr spannend, also wie vorhin erwähnt, also in der Branche kommst du mit sehr vielen Branchen in Berührung, aber ich glaube einfach die Finanztechnologiebranche, da kenne ich mich aus und da kehre ich auch hin. Was würde dich noch reizen? Nochmal ein eigenes Unicorn aufbauen? Ja, also ich denke, die nächste Gründung steht sicherlich auch wieder irgendwann einmal an, also ich kann mir nicht vorstellen, hier nichts mehr zu tun oder nicht mehr zu gründen, wichtig ist immer die Idee, das Umfeld, das Team und ich habe ein großes Glück und das ist eigentlich, dass wir durch die letzten Jahre Leute begleiten, durch alle Phasen, ob gut oder schlecht und das war nicht immer alles leicht und schön, die sehr loyal sind, also sehr, ja, immer dabei sind und immer quasi mir vertrauen und sei das jetzt im Produkt, sei das in der Technologie mittlerweile, also alles, was ich bei der ersten Firma nicht hatte, habe ich eigentlich heute im Umfeld und die helfen sowohl bei den Beratungsprojekten mit als auch bei den eigenen Gründungen und zum Beispiel der Gründer meiner ersten Firma, also ein ehemaliger Kollege von Red Bull, ist auch heute noch einer meiner engsten Vertrauten und macht sehr viel gemeinsam mit mir und das ist eigentlich das, was du haben musst, das Netzwerk und den Kern um dich und ich sage mal, alle leben miteinander sehr gut, also das ist so ein bisschen der Schlüssel vielleicht, wie sowas funktionieren kann. Ich finde, du kommst sehr, sehr zentriert drüber, sehr gesetzt, ich finde es sehr spannend, was du gemacht hast und bin gespannt, was noch kommt. Wer bis hierher gehört hat, Claudio, wo kann man mehr über dich erfahren? Ja, am besten LinkedIn, ganz einfach, einfach anschreiben, wenn es nicht klappt, dann einfach beharrlich bleiben, so wie ich bei meinem Kollegen, also einfach mehrfach anschreiben vielleicht, falls einmal eine Antwort kommt, das ist wirklich einiges los aktuell, ansonsten natürlich, bin ich immer wieder auf Events unterwegs, aber ich glaube, digital ist es das Einfachste mit LinkedIn und einfach anschreiben. Cool, Claudio, vielen lieben Dank für die Einblicke. Wir nehmen jetzt noch eine weitere Folge auf und ein bisschen stärker in diese Finanzthemen, die uns gerade und auch in der Zukunft beschäftigen und was ihr da letztendlich auch mit Doc Financial vorhabt. Das ist mal spannend aus deiner Perspektive und ich sage, cool, dass ihr bis hierhin mit dabei wart und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, let's talk about consulting.